Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica. Ok, da ist wohl was drin. Schön. Snack. Noch mehr Snack. Ne, äh, das ist leer. Oh, mein Schatz fragt mir, äh, äh, Schatzes Gewehr fragt mich. Sonst noch was? Nö. Ist hier gar nichts mehr. GAR NICHTS! Mist. Das Kernraumfragment brauche ich nicht. Nein. Nein. Ja. Uff. Ok. So, das hätten wir. Und du musst auch Scanner-Raum-Fragment... Da! Das ist was Wichtiges. Scanner-Raum. Aber das da ist wichtig. Komm schon, please. Ah. Naja. Also. Immerhin. Eins von zwei haben wir bereits. Das andere wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich freuen über ein... Aquarium. Yay. Gut. Äh... Finden wir zufällig... Oh Gott! Bone Shark. Äh... Zufällig noch ein Wrack? Oh nein. Oh nein. Das klingt nach... Mh... Eher nicht. Da hinten ist ein Dingens. So. Momento. Ja, ich weiß. Ich muss mal ganz kurz vielleicht... meine Motte reparieren. Die qualmt ein bisschen. Hihi. Okay. Alles wieder gut. Ab nach Hause. Ab ins Aquarium. Ab Eierbrüten. Yay. Ich würde so gern noch ein Blitzdingstei mitnehmen. Das wäre schön. Das wäre... Das würde mich freuen. Äh... Sprach sie und fand eins. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Mapp. Mja, 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 mja. Okay, Licht aus. Ab nach Hause. Ich habe doch Licht an. Hier sind zu viel Kanten. Habe ich so eins schon? Ja, habe ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Was? Puh. Puh. So, ähm... Wo war hier das Wrack? Hatten wir das Wrack hier schon? Ich glaube nämlich nicht, oder? Es hängt in irgendeinem Pilz drinnen. Wir schwimmen... Wir fahren mal ganz kurz durch die Gegend und gucken kurz. Gab es ja nicht einen dicken Baum in der Mitte? Ah, ne, ist das nicht das andere Pilzbium? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, weil es gibt nämlich hinter der Aurora nämlich nochmal so ein Biom. Wie ist es auch das? Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr genau. Erstmal nach Hause. Erstmal Fischtank bauen. Trotzdem immer die Augen offen halten. Nach Dingen. Man weiß ja nie. Ups! Tschuldigung! War ich hier schon drin? Weiß nicht. Nein? Nein? Ja? Sieht nicht so aus. Wann pflanzt er von endlich? Den wollte ich schon lange mal haben. Können wir nämlich Pflanzen stapeln. So. Richtiges Grät. Dann klappt es auch mit dem Aufschneiden. Mal ab. Das ist aber die falsche, ne? Ja. Lockt Aufzugsschacht. Das ist auch nicht korrekt. Ähm, da ist was, was wir haben wollen unbedingt. Bitte, bitte, bitte. Fahrzeugerweiterungskonsole. Yes! Booyaka, baby! So habe ich es gern, Freunde. So habe ich es gern. Jawohl. Okay. Dich habe ich schon. Ja. Perfekt. Hier komme ich nicht raus. Das heißt, wir stimmen zurück. Modification Station haben wir schon. Hoch. Oh, da ist noch was. Lol. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Haben wir, glaube ich, schon. Was dröhnt denn hier so immer? Gibt es sonst noch irgendwas hier zu holen? Na? Sieht nicht so aus. Cool. Scannerraum. Hm. Zum Glück gibt es ja an verschiedenen Orten auch verschiedene Teile für die ganzen, also in mehreren Orten Teile für die verschiedenen Sachen. Ähm, Metallschrott, Metallschrott brauche ich nicht. Bioreaktor. Wohnt da wer drin? Hallo? Ah ja, so eine Pflanze Bioreaktor. Was noch? Bauen ich mal eine Kiste, oder? War kann sein. Okay, wo habe ich meine Motto geparkt? Dort. Dann fahren wir jetzt nach Hause und bauen einen schönen Scheiß. Geilo. Okay, hat sich das ganze Fahren ja wieder gelohnt. Und was war das? Das ist wieder ein Wrack, was aufgeploppt ist. Ähm. Ja, das freut mich. Aber das haben wir sicherlich schon gesehen. So. Jawohl. Wir können das Aquarium bauen und wir können die Fahrzeugbuchtmodifizierungsdings bauen. Oh yeah. Ich freue mich sehr, 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 sehr. Ich glaube... Warte mal. Ähm. Ja, 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 ganz viel Milliarden, tausend neue Sachen. Was ich wissen will ist, was ich wissen will, ist, was kostet du fünf Glas, nur normales Glas? Das ist easy. Ähm. Okay, cool. Okay, cool. 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 Also kein immeriges Glas, das heißt, ich brauche keine Zähnchen sammeln gehen. Geht auch so. Yay, 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 yay. Gut, dass ich da, wo ich eigentlich hin wollte, nie angekommen bin. Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Mhm. Hat gut geklappt. Ja, passiert. Warum ist denn mein... Ach doch, da... Ist ja gut. Ich brauche einen Computerchip und einen Kabelsatz für das Gerät. Und das hängt gut auch schon wieder juckeln. Ich habe übrigens, ähm, dieses eine Versorgungspaket von der Zeitkapsel war übrigens ein Habitat-Konstruktor. Ich glaube, eine Taschenlampe und noch ein paar Sachen gewesen. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt gehabt, dass ich das überhaupt aufgenommen hatte. Und wir können gerne mal einen davon wegtun. Für kurze Zeit mal. So, ich brauche das, ich brauche Glas. Ich brauche... Erstmal kurz die... Das passt nicht mehr. Gut, aber das Kleine. Nice. Ähm... Eine Menge Glas. Nehmen wir erstmal hier raus. Ne, da raus. Ich glaube, Glas hat ich doch gerade genommen, ne? Nicht? Eins, zwei, drei. Voll. Gut, was sagte ich da? Ah, die Tankflütequadrat. Sofort. Was denn? This is Lifepod 2 Coordinated attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Okay. Signal location uploaded to PDA. Gut. Gut, ähm... Mhm. Ich brauche, äh... Ich brauche, äh... Ich brauche, äh... Ich brauche, äh... Kupfer, Kupfer, Kupfer. Nein. Kupfer. Kabelsatz. Mhm. Einmal das kurz bauen. Okay. Also... Jetzt wissen wir auch endlich, wer im Endeffekt die ganzen Leute hier umgebracht hat. Das waren nicht unbedingt die Lebensformen drumherum, sondern ganz normal, ja, also... Äh, die, ähm... Wopper, die sind ja mehr Maschine als Fisch. Und, äh, ja, die sind natürlich auch in der Mission quasi alle Lebensformen, die neu auf dem Planeten und auch von dem Planeten wieder weg wollen, zu zerstören, zu eliminieren. Damit halt eben keiner diese Infektion weiterträgt. Darum geht's ja vor allem. Okay, die Motte. Wie machen wir sie? Ähm... Wie nennen wir sie? Äh... Wir nennen sie Torpedo. Und wir machen sie... Ähm... So ein schönes Dunkelblau. So ein... So ein... So ein hübsches Türkis, aber... Äh... Sowas wieder. Ja, ne? Name in Weiß. Innen. Darf ruhig schwarz sein. Streifen. Werden... Oh, die sind... Nicht so hübsch. Weiße Streifen, weiße Streifen. Fertig. Die ist mehr Babyblau. Egal, wir haben so ein bisschen getarnt im Wasser. Das ist wichtig. Okay, ähm... Torpedos. Ja. Krebsmodule. Äh, Titan, Lithium und vier Diamanten. Hab ich so viele Diamanten? Puh. Ja. Mein Gott. Hetzt mich nicht. Zu sieben. Dankeschön. Nimm das Ding. Nimm es. Och, Mann. Und... Zack. Ah, nee. Den brauch ich noch. Glaube ich. Und... Äh... Messerchen. Nein. So. So. Nimm die Melone. Dankeschön. Dankeschön. Noch ein Glas. Glas. Und dann... Für das Gerät noch zwei... Ein... Ein Titan. Mhm. Und dann erstmal rein damit. Und eine Luke-Frau ist dafür auch. Ja, das stimmt. Äh, ein Quarz. Äh, ein Quarz. Äh, ein Quarz. So. Mhm. Einmal... Das ist gigantisch. Wollen wir irgendwas reintun? Erstmal nicht, ne? So. Also, dann bestücken wir mal unser Aquarium mit Diversitäten. Hö. 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 Mal gespannt, was daraus kommt. Bin ich wirklich? Zuckst du schon? Oh ja. Hm. Ganz toll. Noch ein bisschen klein hier. Oh Gott, das zuckt schon extrem, ey. Ich bin gespannt, wie sie sich machen. Also, unsere bunten Eier. Der zuckt schon echt krass. Der schlüpft als erstes, glaube ich. Der Rest braucht ein bisschen zum Brüten. So, dann können wir das Ding jetzt eigentlich umbenennen in... Pflanzen. So, okay. Dann... Gut, wir müssen jetzt gucken, was wir als nächstes brauchen für die ganzen Teile, die wir bauen wollen. Wahrscheinlich erstmal alles Computerchips. Nope. Ach genau, vier Diamanten. Ich hatte noch genau vier. Oh mein Gott, lucky me. Das Ding. Und keine Ahnung. Gucken wir doch hier rein. Also, wir brauchen den... Ding ins Arm. Oh Gott, wo ist denn der? Ist dabei gewesen sein? Da. Grip-Bohr-Arm. Lithium und fünf Titan. Lithium. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Dann noch. Ähm... Torpedo-Arm brauchen wir erstmal nicht. Den Wurfhaken-Arm wäre schon gut. Äh... Ja, Sprung... Kräftwerk... Okay. Schwefel brauche ich dafür. Und Nickel. Das ist alles unten. Wir brauchen natürlich erstmal die Tiefenmodule. T2. Krebstiefenmodul. Auch Nickel. 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 Also müssen wir ja eh erstmal runter. Rumpfpanzerung. Maschineneffizienz. Seemotten. Solar. Emelie-Tes-Glas und erweiterte Kabelsatz. Das könnte teurer werden. Einen Zahn habe ich noch. Nein. Emelie-Tes-Glas. Erweiterte Kabelsatz. Wah! Kabelsatz plus noch ganz, ganz viel Silber. Ich glaube, zwei Gold und noch irgendwas. Oh Gott. Erweiterte Kabelsatz. Computerchip. Gold-Kabelsatz. Gut. Computerchip. Tischkoralle. Gold-Kupferdraht. Ne? Nein? Ne? Habe ich noch Tischkorallen? Das sind Röhrenkorallen. Okay. Was? Was soll ich mal wieder Kupfer besorgen? Kupfer ist irgendwie ziemlich... mau? Ja. Kupferdraht. Und Gold. Gut. Dann nehmen wir das schon mal. Also Krebs. Ohrarm. Mh... Solar. Ne, äh... Seemotten-Modul. Solar. Emelie-Tes-Glas. Ja, sofort. Äh, da. Mh-hmm. Sehr gut. So, Tiefen-Modul. Tiefen-Modul. Äh... Stufe 1. Brauche ich nicht. Brauche ich auch Stufe 2. Konnte man die nicht eigentlich hier drin mal gemacht haben? Ah ja, doch. Jetzt sind es da. Tatsache. Tiefenmodul MK2. Plastal. Imidiertes Glas schon wieder. Und Magnetit. Das kriegen wir aber sogar hin. Das zweite war nochmal Plastal. Und Rubine mal drei. Davon haben wir sowieso. Das heißt, ich brauche nur noch uns ein Zähnchen schnabulieren. Und dann können wir die Tiefenmodule bauen. Nice. Das ist äußerst nice, nice. So, der Kollege hier hinten. Hatte der was zum Spielen? Hatte. Und da liegt sein Zahn. Aha. Läuft bei mir. Das kann ich mitnehmen. Direkt wegen der Sache mit den Titanten. Wow. Creech. Yay. Das heißt, ich muss erstmal ganz kurz das Zahn umwandeln. Das sind acht. Neun, zehn. Äh, eins nach dem andern. Ja. Zwei hiervon. Das. Ein hiervon. Neun, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Äh, nochmal kurz gucken. Das ist noch wirklich Dingens. Blastal-Barren. Yes, yes, yes. Äh, Blastal. Titan-Barren. Blastal. Das Modul. Äh, ja, und das kann schon mal rein. Blastal-Barren. So. Nummer uno. Drei Rubine. Eins, zwei, drei. Battle room. Tiefen Meter neunhundert, glaube ich. Müssten es gewesen sein, ja. So. Neunhundert Tiefen Meter. Jawohl. Wenn ich es geahnt hätte. Aha. Ein Modul hätten wir jetzt noch frei. Da könnten wir jetzt das Abwehrsystem am besten nehmen. Sonar ist zwar ganz nett, aber das Abwehrsystem ist halt doch besser, wenn man jetzt so vielmals zunahe kommt. Polyanilin. Polyanilin. Mhm. Poly. 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 Nee. Nee. Dafür, ah, wir brauchen das Blutöl. Genau, wir brauchen dringend Blutöl. Und, ähm. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Blutöl. Und wie schaut es dir aus? Haben wir schon unser erstes Schlüpfle? Schlüpfle. Na, wackeln immer noch kräftig. Gut, wir müssen noch einen Raum oben drauf bauen und noch mal... Wie viel Quarz habe ich noch? Uh, zwei, vier, sechs, drei. Hm, vier würden noch fehlen. Traurig. Ein bisschen. Na gut, wir machen es zu Glas. Einfach nur, weil wir es eh irgendwann brauchen werden. Glas. Okay. 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 Ich bin echt doof. Ah. Na gut. Daneben so. Gut. Äh, was habe ich gesagt sonst noch? Für den Abschluss? Ah, stimmt. Solange könnten wir noch was anderes reintun. Zum Beispiel. Was ist das? Universal Module für alle. Entweder... Ah, ich habe auch Polyendolin. Hä? Toll. Umverstärkung geht nicht. Frachtmodul wäre auch eine Idee. Nö. Also, jetzt mal... Nö? Ähm... So, na. Kupferdraht magnetiert. Oh, nee. Ich brauche das eigentlich. Universal Module. Dreimal Titan, ein Lithium. Machen wir. Machen wir einfach. Machen wir einfach. Und dann. Ja. Dankeschön. Also. Eingebaut. Letztes Modul. Ein bisschen mehr Frachtraum. Dann einmal ganz kurz. Höpp. Module sind hier. Ein Arm. Der rechte. Ja. Rechter Arm. Sehr gut. Äh. Jetzt müssen wir Kupfer und Nickel besorgen. Beziehungsweise ich brauche generell mehr Zeugs. Also wäre es eigentlich ganz logisch, wenn ich kurz ein bisschen den Prawn umherziehe und ein paar Sachen sammle. Weil ich brauche ja auch immer das Schwarz und alles. Wäre, glaube ich, keine so eine schlechte Idee. Ähm. Für den Krebs brauche ich, ja. Für den brauche ich das. Äh. Cryanid. Cryanid heißt es. Fürs Tiefenmodul. Gut. Gut. Ansonsten. Das erste Tiefenmodul für das gute Gerät kostet Nickel. Genau. Deswegen muss ich erst nach unten. Wurfarm. Benzol. Ja. Blut. Öl. Und das ist auch ziemlich wichtig. Dafür muss ich auch nach ganz unten. Gut. Wir könnten erst mit der Motte fahren. Ein Stückchen. Und dann. Ja. Doch. Das wäre, glaube ich. Das wäre logischer. Gut. Habe ich alles? Nein. Ein paar Sachen noch hier lassen. Zum Beispiel das und das und die Batterien. Hat ich eine Lehre dabei? Nein. Der Skorallenprobe. Fütterchen. Ein Nahrungsbalken. Zwei Wasser. Ja. Die Signalfackeln brauchen gerade auch niemand. Wozu sind die gut? Werft. Ah. Ableckung vor Raubtieren. Okay. Das ist natürlich praktisch. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Yes. Ich weiß. So. Puh. Wie kam ich da noch gleich hin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ich... Ah. Ist das nicht sogar da? Ne. Warte mal. Das ist Rettungskapsel 17. Äh. 17. Da ist die 17. Das ist... In dem Höhensystem nebenan müsste das andere Ding sein. Obwohl, nee. Das könnte... Ach, das war was. Wir fahren jetzt erstmal dahin. Wir fahren jetzt... Entschuldigung. Zuerst dahin. Vielleicht ist es doch das. Ich bin mir da nämlich gerade absolut nicht sicher. Weil das ja doch recht tief ist. Und oh. Wer haben wir denn hier? Das sollte ich eigentlich schon kennen, oder? Lass mich schon rufen. Jüng. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber eigentlich wirst du das schon kennen, ja? Was chillt er denn da so rum? Welche mit dir... Locked? Ruhe. Weg. Ach ja, selbst können wir halt... Bald einmal wieder tun. Falls wir hier drin waren, dann kann ich mich nicht erinnern, weil hier irgendwie noch dicht ist. Na gut. Was soll's? Was soll's? Nicht wieder ablenken lassen. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Licht. Plötzlich wurde es Licht. Ich hätte mal einen Kompass bauen sollen. Irgendwann werde ich es tun müssen. Was war denn mit ihm? War ich hier schon? Garantiert. War ich da nicht? Nee. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Ich glaube, es sind zwei. Wir gucken mal. Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Entschuldigung. Ja, absolut. Hier bin ich absolut richtig. Bevor wir da jetzt runter gehen, schnappuliere ich mir auf jeden Fall schon mal die Pilze und das Blutöl. Schnappuliere ich mir auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut schnappuliere ich mir auf jeden Fall schnappuliere. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut schnappuliere. Meine Güte. Meine arme Motte. Achso. Äh. Scannen. Ich war davon mitnehmen. Scannen. Genau, der Tiefenpilz ist für das Dingens da. Genau. Für das eine Zeugs. Genau. Für die Säure. Für das Polyethyl. Das andere Zeugs halt. Darauf machen wir dann Salpeter, Säure und das Ultraätzend und so. Ähm, wo war das? Da. Riesenfloater, ey. Die sind so krass. Oh Gott, ich muss immer so... Vorsicht, ein bisschen aufpassen. Wegen den verkackten 3 Milliarden Whoppern, die hier sind, ey. Das ist viel Quarz. Warum ist das so schön viel Quarz? Ah. Nicht cool, mich mit Quarz zu baiten hier. Da ist er. Hier heilt es. Im Wasser. Wie witzig. Ich muss eben kurz mein Quarz einsammeln. Dann kann ich mir nämlich nachher ein bisschen... Äh, Farming ersparen. Was ich gesagt haben. Ich hatte... Das klang ganz kurz wie, als wenn man mit dem Motto gleich nach Putt geht. Oh oh. Ja, ich hör dich. Ach, nee. Oh! Wo ich grad hier bin? So viel Quarz! Hier dreht mein Sammlerherz ganz durch. Hallo. PDA! Chef-Ingenieurin you. Direkt nach dem Absturz. Ja. Oh nein! Nicht du! Wo ist dein Ei? Wo du grad schon hier bist, ey. Oh Gott. Die sind so eklig, die Viecher. Ich hasse sie gegen die Pest, ey. Boah. Eklig ist scheiß Vieh. Ich brauch das Quarz. Das Quarz. Massenweise Quarz. Oh Gott. Das ist so viel. Nimm. Im Metafall. What? How could it be? How? Jetzt haben wir Blutöl. Daran kann es liegen. Lass mal Blutöl fallen. Für Quarz. Und für Uranit. Nein, nur für Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Ein Quarz noch. Sagen wir... Zwei Quarz noch. Ein Quarz noch. Ein Quarz noch. Du bist ein Gelsack. Okidoki. Hier unten wirkt grad irgendwie alles so ein bisschen unscharf. Ich weiß, dass das Ganze geblurrt wird wegen Effekte und so. Aber trotzdem wirkt grad sehr, sehr unscharf. Oh, warte mal. Kann man aus denen nicht immer... Diamanten raus? Nee, da kommt da nichts raus. Okay. Äh, was zum Scannen. Du bist Küpferchen. Geisterkraut. Inventar voll. Hm. Ah, meine Motta hat doch ein Inventar noch. Haha. Sogar ein größeres als vorher. Muhaha. Frach, Frach. Das passt da noch rein. Dann könnten wir das rausholen. Dann passt das da noch rein. Andere Seite. Okay. Mr. Geisterkraut. Okidoki. Step. Dankeschön. In weiser Voraussicht. Man weiß ja nie, wofür man das noch gebrauchen könnte. Zwinker. Zwinker. Entschuldigung. Wirst du nicht so ein Lightboop-Ding rum? Nein. Oh. Aber ja, okay. Wir könnten mal ganz kurz den hier machen. Flimmerflügel, Kracherfisch, Spatenfisch sind gerade alle geschlüpft. Habt ihr es oben links gesehen? Nice. Ihh. Ihh. Uh. Ha. 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 Ihh. Oh. Die hab ich ganz vergessen. Iget. Igetipfui. Oh. Oh. Die hab ich ganz... Ich hab sie vergessen. Oh Gott. Die sind genauso ekelhaft wie die Krabbenaugen. Dinger. Whatever. Was sein soll das? Mh. Barfui. Fui bar. Nicht schön. Nicht nett. Nein. Nimm ich so ein zweites Blutöl mit oder nicht? Jetzt könnt ihr es mir erlauben, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, Mister. Oh Gott, wo ist er? Ich will es nicht wissen, was sie läuft. Weg. Nein, ich mag nicht mehr. Ich mag die Kichernis. Äh. Motto? Ich will der Motto verlaufen, der Dinger nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut getarnt. Äh. Im Dunkeln. Ich hab noch fünf Plätze. Also nehmen wir noch fünf Sachen mit. Oh, doch nicht. Tschüss, Sikowski. Ich geh dann mal. Hm, hm, hm. Nicht mit mir. Hm, hm, hm. La di da. Tschüss. Ich hab noch ein paar Schnauze. Steinchen zufällig? Wegen Eventualitäten, ähm, Diamanten und so. Ah, hier ist aber nur Quarz. Schade. Weil Diamanten hab ich mir jetzt gar keine mehr. Ach komm, ey. Uranit. Dann nehmen wir das eben mit. Ach gut. Hauptsache irgendwas. Der Rest Quarz. Quarz for days. Nice. So. Schön, schön, schön. Welcome aboard, Captain. Ähm, das war Live-Pod, äh, Live-Pod 12, ne? Äh, Signalpunkte. Ne, zwei. Das war zwei. Ja. So. Unterwegs hören wir dann das. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news, we're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen is going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Yes. Ja. Würde euch eh nichts bringen, weil ihr schon ein wenig tot seid. Die Warper waren wie immer schneller. Denn die sind echt schnell. Ab nach Hause. So, dann hätten wir das auch. Dann können wir noch mehr Sachen bauen. Ich kann mein Abwehrsystem bauen. Das ist eine gar nicht so verkehrte Idee. Ähm. Ja. Und dann geht's ab nach unten, wa? In Lost River. Puh, hey. Ich freu mich. Irgendwie nur so semi. Ja. Wird schon schön werden. Mit dem schönen Ghost Leviathan, der da unten wohnt. Mein alter Kumpel. Und Kupferstische. Naja. Gut. Ah. Die Crapes. Gut. Dann machen wir jetzt noch kein Kupfer-Fahren. Immerhin. Wir können das zweite Ding oben draufsetzen noch. Up. Welcome aboard, Captain. Yep. So. Ähm. Die Taschen leeren. Ah ne. Ich hab ja auch alles voll. Ich hält. Ich brauche noch zwei Glas. Eins, zwei Glas. Ne, ne. Eins. Neue Möglichkeiten hier. Und zwar Salz, Säure und Benzol und somit Polyanylin. Sehr schön. Äh. Salz für eins, ne. Ein Gold, ein Salz und drei Tiefenpilze. Gut. Das bauen wir vorne direkt an. Das eine Ding können wir direkt behalten. Das behalten wir. Das Tiefenpilze bauen wir an. Da brüllen wir so. Bitte? Ähm. Tiefenpilze. Ja, ja, ja. Also, äh. Ich weiß es gar nicht. So. Ja. Der Rest wird Tiefenpilze. Tiefenpilze. Das können wir bei Gelegenheit in den Bioreaktor reinstecken. So. Weg, weg. Das können wir auch ganz kurz verpacken. Schwupp. Zwei Glas sind gemacht. Hier kommt das mit rein. Ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Titan. Und für das äh. Ahahahahaha. Oh, wie ist es? Aquarium. Fünf Titanen. Also neun Titanen. Eins, zwei, drei, sechs, sieben, acht, neun. Ein Netzwerkraum. Mh. Brauche ich bald noch eine Lithiumverstärkung. Wie kostest du Lithium und drei Titanen? Gut. Eins, zwei, drei. Ein Lithium. Oh Gott, wir haben schon wieder eine Lithiumknappheit. Na toll. Hallöchen. Na ihr Hübschis. Ein hässlicher Dingens. Ein Gerrifisch. Ein Boomer. Ein Mesmer. Nice. Ich glaube, dass das Vieh zuerst ausschlüpft. Na gut. Hauptsache, äh. Denen geht's gut. Mhm. Ich bräuchte eine Leiter, hau. Shit. Mehr Quarz. Das kostet zwei oder so, ich weiß es nicht. Eine Leiter, zwei Titanen. Okay. Wie fällt echt ein... Das Glas fehlt mir, hau. Mhm. Eins, zwei, drei. Aha. Viel Spaß. Im größeren Becken. Hi. Da kommt da der Kleine. Ich hab den Mesmer mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich vom Nahen angeguckt, wenn man es ja auch nie konnte. Das möchte ich am Pal. Wo ist er? Da ist er klein. Ist der süß. Guckt mal, wie... Wo ist er hin? Am Pal? Da. Wie niedlich der ist. So, ich wollte mir den Mesmer angucken. Ah, jetzt kannst du auch alles scannen, wa? Jawoll. Am Pal. Das machen wir schon. Zeig dich doch mal her, du Kleiner. Deine glubschie Augen und so. Ist schon irgendwie süß. Hat... Also, der hat schon sehr hübsche Flügel. Fallenrochen. Der ist auch geschlüpft. Ja. Oh. Da ist ein Stückchen Ei rausgeklopft. Fehlt noch. Ah, Sandhaipirsche und Höhlenmuräne entdeckt. Höhlenmuräne. Okay. Also, was war jetzt was? Um Gottes Willen, ich weiß es gar nicht mehr. Das blaue. Ach, dann war das blaue Ei ein Dingens, ne? Ah. I see. Ah ja. Und das ist die Höhlenmuräne. Also, das Vieh mit den zwei fetten, fiesen Fangzähnen. Was eine Alliteration. Ja. Okay. Okay. Wir haben ein schönes Aquarium voll mit Fischis. So. Gut. Quarzen wir jetzt auch wieder ein bisschen. Beziehungsweise wieder einiges ausgegeben. Aber ist okay. Ich brauche ein, zwei, drei. Und eine verstärkte Hülle. Am besten hinter der Leiter. So. 13,3. Das klingt stark. Sehr gut. Okay. Jetzt heißt es, nächste Folge schwimmen wir mit der Motte. In die Tiefe. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde zwischendurch noch ein bisschen Kupferfarben gehen. Mit dem Prawn. Einfach nur um die Gegend hüpfen und ein bisschen Sachen abbauen. Und mehr werde ich nicht machen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020